Was geht YouTube? Was geht ab? Wir fahren jetzt zu Christos Stratour in Lissabon. Wir sind gerade auf dem Weg dahin. Ein bisschen Stadtverkehr hier managen. Das ist ein bisschen anders als unten an der Südküste. Auf jeden Fall gehen wir gleich hoch und von daher mal einen richtig coolen Blick auf die Brücke. Die Ponte de 25. Was? Hier muss ich hoch? Das glaube ich nicht. Was? Das sieht mir nicht danach aus. Aber okay, wir testen mal. Ja, wir schauen mal wo wir gleich landen werden. In der Tat. Ja, Junge, Junge. Irgendwie kommt mir der Weg ziemlich komisch vor. Das kann ja kein Offizieller. Da sind wir doch. Ich wusste es doch. Man hat uns klar. Man hat uns klar. Ja. 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 Ausblick auf die Produkte. So, Ellen muss erstmal Fotos machen. Dafür kriegen wir natürlich auch unser Pärchenfoto. Ja, Ausblick ist richtig geil. So, Drohne gerade geflogen, ist nicht erlaubt, ich habe extra noch Schild angeguckt, aber es gab keine. Dann bin ich halt losgeflogen, dann kam irgendwann der Typ und dann bin ich halt ganz gemütlich zurückgeflogen. Hab noch ein bisschen was gefilmt, also ein bisschen was hatte ich im Kasten. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr heiß heute, würde ich sagen. Und ich glaube, wir stellen uns jetzt mal an für die Christusstatue, oder? Ja, ansonsten das ganze Terrain hier sieht sehr, sehr cool aus, sehr gepflegt. Also man muss nicht auf die Statue drauf, würde ich mal behaupten, man hat von hier aus schon richtig, richtig cool im Blick, aber wir schauen mal wie lang die Schlange ist, wir werden es auf jeden Fall probieren. Ansonsten hier hochkommen ist kostenlos, parken ist kostenlos, Ausblick ist kostenlos. Ja. Schlange. Gleich ist es soweit. Acht Euro pro Person. Ob es sich lohnt, Elle, ob es sich lohnt, dafür einen leckeren Dönau zu opfern? Ja, ganz ehrlich, ich hatte eine Bowl gestern Abend. Ja, ich hatte gestern Abend noch eine Bowl für 7,20 Euro aus dem Intermarch. Einfach räudig. Hab ich nicht mal aufgegessen. Schlechteste Bowl meines Lebens. Nur wegen Elle. Und wie lange haben wir gewartet? Halbe Stunde, 30 Minuten. Kau runter. Halbe Stunde, 30 Minuten. Dachtest du, du kommst direkt oben an? So ist das nicht. Du musst dir Sportliches leisten. Ich bin ein Wachstum und ein Wachstum. Ich bin ein Wachstum. schon richtig geile aussicht richtig cool jetzt habe ich die elle verloren so das war es auch schon es hat nicht lange gedauert natürlich souvenirs das übliche spiel nach einer attraktion erstmal kaufen aber ich brauche nichts du willst Christus haben? die sehen dann echt schon wieder cool aus aber Albert möchte eine Christusstatue haben du kannst dir das Moped hier holen was habe ich mit so einem blöden Moped hol ich auch den Fisch oder den Huhn okay wir fallen jetzt wieder runter ich finde kann man machen muss man aber nicht hier hoch also wenn die Schlange nicht lang ist würde ich es machen wenn die lang ist würde ich glaube ich nicht reingehen ansonsten die Plattform unten lohnt sich allein schon die ist richtig cool da kann man schon richtig viel sehen würde ich sagen peace tamam also wir sehen uns beim nächsten mal ciao ciao und dann